Zenistix, der Zauberstab voll Sauberkeit und Frische. Einfach einmal im Monat in den Abfluss stecken, fertig! Und lästige Verstopfungen und schlechte Gerüche aus dem Rohr gehören der Vergangenheit an. Das Geheimnis liegt in der Kraft der Enzyme. Sie spalten im Röhrenziphon jeden Schmutz und alle Ablagerungen. Zuverlässig auf Öl, Fett, Make-up, Haare, Shampoo oder Seifenreste haben mit Zenistix keine Chance mehr. Im Abfluss bleibt nichts zurück als Sauberkeit und Frische. Verabschieden Sie sich von verstopften Rohren und Gestank. Einmal im Monat Zenistix in Ihre Spüle, in Ihre Waschbecken im Bad, in die Rohre von Badewanne oder Ausgussbecken. Ganz egal wo, das Wasser läuft wieder und Ihre Abflüsse bleiben sauber und absolut frisch. Zenistix sind absolut schonend zu Ihren Rohren und für jeden gängigen Abfluss geeignet. Regelmäßig angewendet, beinhaltet jedes Stäbchen Zenistix genügend Enzyme, um jegliche Ablagerungen in den Rohren hochwirksam zu entfernen. Verwenden Sie Zenistix jeden Monat im Duschabfluss. Sie lösen Haare, Reste von Seife, Make-up, Shampoo oder Öle einfach auf. Und das Wasser rinnt problemlos wieder ab. Verwenden Sie Zenistix in der Küchenspüle. Sie bekämpfen Ablagerungen und Speisereste jeder Art, ebenso Rückstände von Fetten und Ölen. Einfach jeden Monat Zenistix hinein und alles bleibt sauber und frisch. Verwenden Sie Zenistix in Ihren Becken, um sie ganz natürlich sauber und frisch zu halten. Verwenden Sie Zenistix in Ihrem Bad. Ablagerungen und Schmutz verschwinden. Es ist wirksam sogar bei Seifenresten und anderen Rückständen, die den Abfluss verstopfen und schrecklich stinken. Ein Zenistix im Monat reicht, um Ihre Abflüsse im ganzen Haus sauber und frisch zu halten. Das Wasser läuft perfekt ab, in jedem Rohr und jedes Mal. Mit Zenistix, der Zauberstab voll Sauberkeit und Frische.